Oh der hat an! Boah! Ich starte... Okay, ich starte... Amriss. Ich starte in einer Ecke. Wo irgendwie kein Generator ist. Ich sitze eine Leiche auf dem Stuhl und ich erschrecke mich. Wow, ich hab meinen Generator knallen lassen. Oh cool, dann kann ich ja hier den Generator machen. Was ist das, wenn der... Wenn das Item ausgegraut ist? Dann hast du es verbraucht. Haben wir eben drüber geredet. Äh, es ist der... Spence. Wer? Bing Bong Man. Ach der Geist. Aber das heißt, ich verliere den nicht. Wie es aussieht scheinbar nicht. Es kann sein, wenn der Koffer... Wenn du rauskommst aus der Runde, dass er sich wieder auffüllt. Hat bisher noch keiner geschafft von uns. Na gut, Fabian liegt oben. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Ich find das richtig dumm mit den Ressourcen, dass die jetzt so wenig... Also... Dafür sind die ja da. Und dafür hast du ja auch diese gelben und grünen. Denkt dran, dass grün und lilanen jeweils zwei Koffer gibt, die weniger... Viel weniger Einheiten haben, ne? Ja. Hat der Barbican Chili? Äh, nö. Vielleicht war zu nah dran. Ich bin sehr weit weg, nämlich. Er ist unsichtbar Richtung Mitte. Unten. Okay. Ja, ich komm mal in... Ich wurde von dem L schon abgehangen, obwohl der Typ nicht weg war. Ja, Wingo Man ist hier bei mir. Der kommt sofort zu dir wieder. Der lässt mich in Ruhe. Okay. Wingo Man wird jetzt Druck haben, aber wir haben schon zwei Generatoren. Äh, ich geh grad Richtung... Oh, jetzt mal Ausgang. Richtung Riss würde ich jetzt gehen. Da ist kein Generator. Da bin ich gestartet. Ich bin tot. Ja, warum? Boah, als du gehittet wurdest, hatte ich grad nen dicken Leck gehabt. Ja, der hat mir nen Weg versperrt. Wer? Der, äh... Der Typ da oben? Der Geist. Der hat sich, äh, bei dem Single-Generator hingesch... Wen trägte den jetzt gerade? Mich! Ich mach da mal den Generator am Riss. Ich drück mich in den Keller. Wo ist denn da der Generator? Direkt wenn du die Treppe hoch gehst an der Seite, den hat Fabian letztens auch über... Den hab ich auch schon übersehen, das ist richtig. Ich bin also ziemlich weit weg. Ich hab Herzschlag, aber ist... Das ist nämlich die drei mögliche Orte für den Generator. Ja. Treppe oben auf dem Glas und unten. Ich lebe gerade oben den anderen auf. Komm hier. Na, also sorry, es lohnt sich nicht mehr, Koffer mit reinzunehmen. Ach, Problem, wir sind grad gerannt, Fabian, und der ist hier in der Nähe. Ich komm da jetzt noch her. Vorsicht. Äh, links rum ist ein Generator, da würde ich hingehen. Ja, machst du den? Geh mal gucken, ob ich den kriege vielleicht. Da hab ich angefangen. Ja, ich hab's ja noch wieder angekippt. Ich bin am Haken. Ich bin am Haken. Ich bin gefährdet. Und, boah, 3-0 durch der Raden, wer bei mir ist. Ich bin ganz einfach mal. Ohhhh. Und für ne Scheiße. Ich bin gefährdet. Äh, ja, ich bin unterwegs. Sag mir, komm mal. Du bist so. Ignoriert mich. Das findet man nicht mehr hinter mir. Schreibt mir. Jetzt hat er den Ace an der Backe. Der Ace kann von mir aus auch sterben, weil wenn er tot ist, kriegen wir vielleicht die Luke. Ja, Geist rand mir jetzt hinterher. Egal, ob Sache nicht. Fabian. Du grenzt zu mir, oder? Nee. Ich bin oben. Ja, okay. Ich hatte gerade nämlich Herzschlag und wusste nicht, woher es kam. Hab mich. Dach da hinten. Ah, direkt unter dir ist halt die Luke, ne? Ach, der Keller. Äh, okay. So, ich hab mich gehalten. Ich wollte halt weg von Fabian. Ja, nein. Nein. Schade. Okay. Links haben wir den Generator eingetragen. Aha. Mein Generator. Wo ist er? Super. Keine Ahnung. Blödes Arschloch, ey. Ruft er den Geist zu sich und ich stehe um die Ecke. Ich bin bald, Jessica. Ja. Gott sei Dank, du bist du schneller als der Idiot. Boah, dieser dämliche Pisser, ey. Hallo. Boah, ich schwöre, wenn ich den im Real Life finde, ne? No Front, aber... Er hat übrigens wieder Krankenschwester. Ja, ey, ist mir ohne Witz, der sieht, dass ich da hocke. Der Geist kommt... Ja. Verreckt doch. Selber schuld. Fabian, hör mal ganz kurz auf und teabagge mal bitte. Hab ich gerade auch. Danke. Danke, Fabian. Das ist Solidarität und auch dir danke, Jessica. Wir sind uns immer noch gefährdet. Ich glaube, wir sind alle gefährdet, oder? Wir sind alle gefährdet wegen aufgezählter Hoffnung. Was bedeutet dieser Perk? Ich weiß es nicht. Hat, glaube ich, was mit Schutztreffern zu tun. Hauptsache... Ja, okay, ich habe ihn gerade gesehen. Hallo, Fabian. Du hast mich gerade... So, der erschreckt. Oh, der macht Schränke auf unten. Ich habe mich gerade vor dem hingesetzt. Okay, Fabian ist im Single-Generator. Ich gucke, ob hier oben das Totem ist, aber... Hab ich auch gerade. Das Gefühl, ich renne ihm jetzt in die Arme. Hier ist auch kein Totem. Oh, mhm. Ja, ich habe mich gerade vor dem hingesetzt und geteabagt. Mir egal. Richtig so. Ja, blöder Pisser, ey. Es tut mir sehr leid. Nö, ist ja... Ihr wisst, wie sehr ich das T-Baggen hasse. Ich hasse es wirklich abgrundtief, aber das war nun wirklich mal. Das war echt der Scheiß vor allem. Ich meine, es kann immer mal passieren, dass man was falsch einschätzt, aber... Ey, dafür darf der mich auch gerne reporten. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich finde aber auch sein blödes Totem nicht, ne? Nö. Okay, hier ist ein Generator, der ist schon... Hä? Ich habe dem mal einen Schlüssel hingelegt vor dem Sänger. Respektlos. Ich bin tot. Der hat ein Auto ist bei 60%. Ja, der hat auch 50%, aber der wird da jetzt nicht dran planieren. Er hat sich aber nicht... Nein, er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich bin blind. Was ich raten, er hat bestimmt nur noch niemand drin den Tod. So eine scheiß Perkbild. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich zu dir kommen soll. Ja, alles gut, such dir die Luke, das ist mir egal. Okay. Was ich halt blöd finde, jetzt... Nein. Ich suche nur, die Luke geht um eine Ecke, Luke. contestant. Vielen Dank.